Die neue App fürs Geroldsteiner Land und fürs Prümmerland. Hier findest du alles Wichtige über deine Region. Hole dir Tipps fürs gemütliche Shoppen und jede Woche exklusive Angebote im TV-Shopping. Wo kann man gut essen? Entdecke liebenswerte Restaurants in deiner Nähe. Alle Handwerker, von A wie Automechaniker bis Z wie Zimmerer. Die Abholtermine für den Müll einfach per App nachschauen. Apotheken, Ärzte und alle Notdienste in Sekundenschnelle abrufbar. Wichtige Meldungen aus dem Rathaus direkt aufs Handy. Tolle Tipps für Sport- und Freizeitaktivitäten. Finde deinen gebrauchten Wunsch-Pkw, informiere dich über Jobangebote und über den Wohnungs- und Immobilienmarkt. Die ganze Region in einer App fürs Geroldsteiner Land und fürs Prümmerland. Ab 15. September kostenlos auf Google Play und im App Store.